Grüne kehren vor der eigenen Haustür. Diese Baumscheibe befindet sich eine Baumscheibe weiter als meine Bienenweide. Ich bin absolut fassungslos, was für Müll, was für kleine Papierschnipsel und vor allem Plastik-Schnipsel sich in den Baumscheiben befinden. Man schaue sich das wirklich einfach mal nur näher an. Es ist unsere Stadt, es ist unsere Umwelt, die mit diesem Müll geschädigt wird. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, anders damit umzugehen. Ja, meine Damen und Herren, die Ausbeute einer Baumscheibe. Wie gesagt, fassungslos. Ich glaube, wenn ich da noch tiefer graben würde, wäre die Ausbeute noch reichhaltiger als das hier. Eigentlich hochnotpeinlich. Es ist unsere Stadt, meine Damen und Herren. Halten wir sie gemeinsam sauber. Aus den Plastik-Schnipseln entsteht Mikroplastik. Und das gelangt überall hin. In die Umwelt, in unser Essen und, siehe den anderen YouTube-Film, sogar ins Trinkwasser bei uns aus dem Wasserhahn. Die Frage ist, wollen wir das?